Das ist ja cooler als ein Haufen Eiswürfel. Jasmin, ich schmelze dahin. Äh, Moment. Die Kisten kommen hinter den Kiosk und die bleiben hier. Für dich. Geht aufs Haus. Oh, danke schön. Danke dir. Ja, dann zisch ich mal wieder ganz cool nach Hause. Irgendwann müsste ja noch Besuch von den Stadtwerken eintrudeln. Ach ja. Hoffentlich finden Sie die Ursache für den Wasserausfall. Ja, das hab ich auch. Oh, die neue Bärstädter. Darf ich? Ja, na klar. Danke. Tschüss, Fritz. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Paula. Tschüss, Emma. Ich hasse bien. Tschüss, Fritz. Und danke.